Ein nettes, sauberes Heim in Woodland Hills. Hier leben Marge und Dick Nelson. Dick, nicht aus der Tüte trinken! Hier passiert absolut gar nichts. Bump, bump, wiedersehen! Aber an diesem Wochenende wollen sie eine kleine Reise unternehmen. Bald, Marge Nelson, wirst du mir gehören. Aktiviert den Magnobim! Oh mein Gott! Und schon sind sie unterwegs. Geh mit dem Kopf weiter nach vorne. Fotografier mich jetzt nicht, mach jetzt keine... ... zum kleinsten, verrücktesten Planeten im Universum. Spango! Sie sind da! Wo die Mädchen Fische sind. Sind das deine Haustür? Oh, ich verstehe, das ist deine Familie. Die Jungshunde. Autsch, nimm deine Pfoten weg! Wer ist euer Vorgesetzter? Und alle anderen schlicht und ergreifend dämlich. Na, beeindruckt? Wer hätte gedacht, dass Marge und Dick... Heirate mich, Marge, und werde Königin von Spango. Wie ist die Lust? ... die Welt retten würden. Lasst mich hier aus! Lasst mich hier aus! Ich habe Informationen, die höchst wichtig sind für die Zukunft eures Planeten und meines eigenen. Nehmt Informationen und flieht! Zeigt sie! Endlich ein Film, der die uralte Frage beantwortet. Gibt es intelligentes Leben im Weltraum? Nicht zu danken. Die Antwort lautet... Ah, nein! Tour auf! Terry Gar, Jeffrey Jones, John Lovitz, Kathy Ireland und Eric Idle. Mom and Dad save the world. Mom and Dad save the world. Du bist ja ein süßer, kleiner Franz. Ein Film von Greg Beeman.